Hallo und herzlich willkommen zurück bei Castle Clashers. Yay. Hallo meine Freunde. Das war schon wieder Eike. Da kommt der Eike in mir durch, verstehst du? Ja. So, was willst du hier noch? Ich hoffe man... Ich glaube das bringt nichts. Ich hab die Katze. Oh. Hubs. Ich hab einen Windows-Sound gehört. Ich will wissen, was die macht. Ach so, die Katze hast du jetzt endlich. Ja. Ja, die hab ich schon länger. Was? Höher zu springen. Nee, lass mich kurz nochmal... ...meinen Rammbauk holen. Ja. Wo ist denn der? Ist der so weit hin? Hä? Das leckt irgendwie schon wieder ein bisschen. Hä? okay und auf die map und weiter geht es ja die schlacht so müssen wir da waren wir da müssen wir hin. oh jetzt noch mal. so presse halten. komm der geht doch schnell ich heb mir die mana lieber für den boss auf. für den großen. so warte wenn er reinkommt. genau ich nehme den auf der anderen seite. au. au. alter. alter. jetzt hat er mich noch fertig gemacht. er kann sagen was du willst aber die magie ist geil. der eine ist fertig. ja. dann habe ich auch nicht zugesetzt würde ich sagen. geht doch. geköpft. was habe ich jetzt. ich will nicht dein kackschwert. naja. schnauze. so. endlich. hier ist dieses. naja du weißt schon. weiß ich. ja du weißt. ja. 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 ich habe so lange nicht mehr gespielt. ich weiß es nicht. okay. ich mache jetzt auch mehr schaden wieder. erst mal putzeln. aua. na. tot. tot. ja. tot. oh. noch mehr. seriously. die helfe sich immer verpisst. ich muss mal. ähm. den counter starten. das fällt dir aber früher ein. so. ja. ich habe gerade in dem pc. gerade in dem pc gestartet. weißt du. ja ja. 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 ausreden lieber ausreden. oder letzte folge war schon wieder so lang. ich will die folge immer nicht so lang machen. weißt du. so 10 minuten. 15 minuten ist reich. also dann hast du meistens auch so eine stage durch. naja. bei uns weiß man ja nicht. wir haben die ja schon öfters in 3 sekunden durch. genau. das ist so. ja. lustig. ach da ist noch einer. da ist noch eine stage durch. ja. ich auch. so. oh. da geht doch endlich tot man. du kannst doch nicht so viel aushalten. nein. fisse. noch ein apple. hey apple. hey apple. wie viel habe ich eigentlich noch. viel. ok. ja. ich übertreib doch nicht. bam. bam. so. ich ahne was kommt. ich ahne was kommt. ach das meinst du. oh ne. aufschlag. das war doch. du musst auf den schatten achten übrigens. wo ist ne. ne. das erste mal haben wir das doch auch verkackt. ja. ja. ich bin hinten und du machst braun. ich bin so schlecht im volleyball. das. ja. wo ist mehr. ist er nicht. ja ok. die wir haben punkt. wir haben punkt. so halten. geh nach hinten. ja. sauber. 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 in die mitte. oh mein gott. ja geh du da. was machst du denn. ja. was. du musst mal kräftiger hier aufschlagen. so. hier komm jetzt. du musst mal kräftiger aufschlagen. ach. was heißt denn ich. ja. schön. das wird doch nicht. die fehlen hier grad total. kann das sein. ja. warte. nein. alter. ja. der war deiner. der war auf deiner seite. was soll denn da ist. scheiße. ja. der sport bringt alle einfach auseinander weißt du. das gibt's doch gar nicht. das gibt's doch nicht. ach warte mal. ich muss mich mal hier anders hinsetzen. ok jetzt. hier komm. zack. ich hab da noch gehabt. die sind die besten volleyball spieler des landes. das gibt's doch nicht. der war da auf ihrer seite. was soll denn das. ja. sauber. sauber. ja. komm. jetzt. 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 ja. jawohl. 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 na komm. nein. ja komm. wir haben doppelte. führung. doch. jetzt. 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 Führung. jetzt. stack. ja schon nochmal. jawohl. 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 geht doch hier okay, das war die fehler. und wir machen es. Warum kriege ich weniger XP, obwohl ich mehr Dingens verprügelt habe? Weil ich die Giraffe habe. Ach ja, stimmt, da war ja was. Okay, da ging es weiter. Okay, ja, den können wir noch machen. Ach, hier war er. Ach, hier war er. Ja, ja, ich erinnere mich. Das wäre ja langweilig, wenn wir das schon hätten. Sumpf. Ah, ich erinnere mich. Die waren so lame. Ich verstehe, die sind auf unserer Seite, die Dinger da. Schargen. Da ist einer tot. Oh nein, der ist tot. Ihr müsst nicht wiederbeleben. Y, Y. Du nutzt es einfach voll aus, ne? Ja, ich beraube gerne die Toten. Wieso kommen aus meinen Gräbern nur Tote raus? Und bei dir überall. Schöne Sachen. Oh, Moment. Oh. Das war's für heute. Das ist kein Bauer, das ist ein ritterlicher Bauer. Bauer. Ja. Also die Magie macht, da kannst du sagen, was du willst. Hey, den kennen wir doch. Hey, guck mal. Hey, da hättet wir vielleicht was drin sein können. Wir hätten die Gräber schenten können, du Idiot. What the fuck. Das war jetzt glaube ich der richtige Gedanke. Level up! Oh, der andere ist schon fertig. Ich bin aber auch gleich level up, sehe ich gerade. So. Ging noch leicht. Ich weiß, was du hast. Willst du mich verarschen? Ungekräpft. So. Komm, Leben. Hallo. What the fuck. Da wollen wir schon wieder mein Geld klauen. Wer wollte denn sein Geld klauen? Ne, dieser, dieser schwarze Kater oder was das sein soll. Oh, die schwarze Kater. Hier kann man nicht Tap drücken. Nein! Oh, naja. So. Was geht hier so ab? Mach das mal ein Rage-Gesicht. So. Was war das? Das war eine Autohupe, glaube ich. Das hat sich ziemlich verstörend angefangen. Ja. Also so. Ich weiß. So eine Hufupe will ich nicht an meinem Auto haben. Dann will ich lieber gar kein Auto haben. Kannst du mich mal kurz verteidigen? Ich muss noch mal das Fenster zumachen. Ja. Ich lasse es einfach offen. Es wird schon nichts mehr kommen. Hm, rausch. Optimismus. Hm, rausch. Ich weiß gar nicht, wie ich mich hinsetzen soll. Es ist alles so, naja. Es geht schon wieder weiter, ne? Und dieser Feldwischel ist auch wieder da. Wir werden hier. Wo ist denn nichts? Nein, so. Mach ihn doch kaputt. Hätte ich doch gerade. Seh ich aber nicht. Wo kommen die ganzen Pflanzen her? Ja, das war an mich auch gerade. Ich hab da volle Mana. Geht doch. Die halten aber echt viel aus. Ah, mein Mann. So. Besser. Ein Hinterhalt. Noch mehr. Ein Hinterhalt. Wow, mit wie viel Lanus du gesagt hast. Was? Ein Hinterhalt. Warum können die so hoch springen und Messer herften? Das will ich ja auch. Ich will das auch. Meine Fresse. Jetzt gehen sie auf dich. Ja. Ja. What the? Was machen die denn? Was machen die denn da für Dinger? Okay, Fips, warte. Pst. Oh. Was? Warte. Machen wir den einen fertig hier. Gibt's das denn? So. Was ein Pisser ey. So, warte. Meiner ist fertig. Jetzt machen wir noch eine Affename Pause. Yeah. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bei CasaCrosshaos. Ja, das geht. Tschüss. Tschüss. Tschüss.